Was geht ab, yo, DJ Illegal hier von den Snowgoons. Ich bin heute hier in Würzburg mit meinem Mann Chris von Peak Studios. Der hat heute den Sound gemacht heute Abend. Wir sind hier auf der 21 Overtour von den Alkoholics, zusammen mit Lords of the Underground und Rasko von den Kelly Agents. Hip Hop is back hier in Würzburg, endlich mal wieder geht was so. War ein gelungener Abend irgendwie. Chris hat den Sound richtig dick gemacht so. Snowgoons waren eben am Start mit mir so irgendwie. Also war alles ein sehr gelungener Abend so auf jeden Fall. Check this shit out, okay? Peace.